Daten sind heutzutage super wichtig geworden, denn letztendlich ermöglichen Daten es, Marken ihre Marketingaktivitäten zu analysieren und komplett neu zu denken. Daten treiben Innovationen, Daten haben Einfluss auf die Content Creation und am Ende erlauben sie es auch wirklich besser als bisher, mit dem Zielgruppen zu connecten. Was wir seit zehn Jahren beobachten, ist, dass der Bedarf an Daten und die Relevanz von Daten exponentiell gewachsen ist. Social Media ist inzwischen ja einer der zentralen Kanäle für eigentlich jede Organisation und deswegen ist es super wichtig, dass Firmen verlässliche und belastbare Social Media Analytics Daten haben, um ihre Kommunikation zu optimieren. Ja, in der Tat, Analytics waren schon immer ein zentraler Bestandteil von Facelifts Angebot und in Anbetracht jetzt aber der wachsenden Bedeutung von Daten wollten wir wirklich nochmal einen ganzen Schritt weiter gehen und die Social Media Analytics Möglichkeiten unserer Kunden wirklich auf ein nächstes Level heben. Und das machen wir, indem wir letztendlich das Angebot von Quintly, einem Marktführer, wirklich in Bezug auf Data Quality bündeln mit unserem breiten und holistischen Social Media Management Angebot und so eine ganz neue Lösung schaffen. Unser neues Analytics Produkt richtet sich sowohl an professionelle Analysten als auch an Social Media Allrounder und es bietet ihnen letztendlich Keymetrics direkt im Zugriff, sowohl für Organic als auch für Paid Social, aber dann auch die Möglichkeit nochmal deutlich tiefer einzusteigen. Wir haben den Anspruch, das neue holistische Analytics Produkt zu einem integralen Bestandteil des Facelift Ökosystems zu machen. Basierend auf vielen Stunden Research, die wir mit ganz unterschiedlichen Organisationen gemacht haben, haben wir darauf geachtet, dass wirklich man sofort an die Einblicke kommt, die man braucht, um Entscheidungen zu treffen. Wir haben natürlich auch nochmal gesehen, wie wichtig es ist, dass letztendlich die beste mögliche Datenqualität aus jedem Netzwerk verfügbar ist. Das ist auch eine große Stärke von Quintly schon immer gewesen. Und wir haben das Ganze als eine gesamtheitliche Lösung entwickelt, die Dashboards, Reports und Benchmarking in einem Produkt bündelt. Denn das ist das, was unsere Kunden brauchen. Ich glaube, das wird ein echter Game Changer für jede Organisation, die diesen reichen Schatz an Daten nochmal nutzen will, um ihre Social Media Kommunikation einen ganzen Schritt nach vorne zu bringen. Deswegen arbeiten wir hart daran, mit unserem Team ein komplett neues Analytics Produkt anzubieten, das nochmal die Art, wie ihr Social Media Daten analysiert, wie ihr auf Daten zugreift und wie ihr sie teilen könnt in der Organisation, nochmal komplett neu denkt. Und der Fokus muss dabei für uns natürlich immer darauf liegen, was für euch wichtig ist, nämlich eure jeweiligen Business-Ziele. Und der Fokus muss dabei sein, Vielen Dank.